hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einer weiteren folge verschollen im twilight forest wir stehen hier vor der riesenburg und wie ihr schon gesehen habt sind heute wieder dabei die liebe ente quack quack und mein mann guten tag grüß dich wir können uns zeigen und zwar geh mal bitte hier vorne in diesen doppel couple stone ein ich jetzt euer versuchskaninchen schlag einfach mal darauf nach da geht der schutz aktiv also es liegt nicht an den blumen jetzt zeigen wir euch was wir haben ja diese diese broschler diesen habt ihr schon überall blumen reingesetzt nein haben wir nicht jetzt nehmen wir das ding auf jetzt hast du nämlich den nager hunter und jetzt schlägst du noch mal ein da da jetzt geht es kaputt also muss diese blumen man muss die aufsammeln diesen erfolg haben und dann kommt mir rein wir können trotzdem blumen pflanzen ist ja schön die nager ist auch schön der blumen top ist jetzt kaputt okay aber das hat das auch noch eine bewandt ist die blumen pötte das letzte mal lieber den blumen pott wieder hin und wir pflanzen was rein kommen und wieder runter dass wir das hier bepflanzen hat jetzt jeder diesen nager hunter dings ja diesen erfolg hat jeder von uns aber könntest du mal den blumen pötchen das stresst mich doch nicht muss jetzt mal wieder runter kommen jetzt rote blumen setzt mal blumen so rote blumen so dann gucken wir ob wir diesmal den licht besiegen können hier haben wir uns hoch gebaut drüben hast du ja schon eine blume gesetzt gell aber hier geht es nicht hoch dann müssen wir die andere seite hochgehen wo ist denn die ente eigentlich hin ich bin hier gerade eins weiter aber hier sind ins borne wo den kann man ausleuchten der ist auch ausgeleuchtet hier ist auf jeden fall kein blumen pott bist du in dem turm hoch auf der anderen seite hoch den stein ach da unten so ich komme zu euch da ist auch noch eine blume gepflanzt sehr gut die habe ich schon gesetzt müssen wir gucken ob wir neben doch was ist weil hier ging es ja glaube ich schon komplett hoch zum zum lich zum könig aber hier bibliothek oder so warte mal gucken ob er die dinger töten können die skelettis müssen wir ja jetzt kann man auch die töten weil die konnten wir nämlich wir haben genau die kurion ak frau verloren ich bin hier auf dem gang nach ganz oben aber du bist nicht bei uns aber hier hier gibt es glaube ich sonst nichts mehr bist du jetzt ganz hoch oder was ich bin der lauf ist gerade wieder zurück voll zurück hier sind nur spinnenweben drin ich bin verschwindenwebt der spinnenwebt so wo seid ihr nicht brauche eine orientierung wohin da drüben ist jemand da läuft jemand oberhalb von mir ich bin abgestürzt verdammte schade hat du bist nur wieder zu mir gekommen da seid ihr da oben ist ente dass ich gedacht habe ich komme gleich auf direkten weg zu dir nach unten ja sonst sehr freundlich seid ihr darüber seid ihr denn wir sind einfach hier treppen hoch in dem großen rauch muss hoch geht kommt schuldig ab hier geht es schon mal nicht hier liegt ein bogen sehr schön da geht es auch nicht weiter verdammt mich verlaufen sind sie denn über kann man blöcke und fliegt mal den boden sozusagen das weiß ich selber in erntag ich habe blöcke naja großer raum bin ich komme hoch aber ist cool dass wir jetzt killen können wir müssen die treppen flicken ja das macht auf jeden fall sind wir fackeln das ist ja so sacken dunkel in dem im laden die haben auch kein modernes licht hier die jetzt sind die ganzen löscher hier schon gepflegt ja gut wir hatten ja schon mal wir hatten ja schon mal waren ja schon mal hier und dann haben wir ja da seid ihr sterbe gleich nicht wenn ich verhindern kann hast du was zu essen mhm da schießt schon wieder was ja irgendwo wo ist das da ah die fallen ja runter sehr cool wir sind unten noch ich habe mich hier in die ecke gestellt und schäbe mich damit ich nicht sterbe weil ich habe keinen ich habe nur noch drei ähm ich stelle mich vor dich ich seht ihr dass ich hier oben bin ja und jetzt sehe ich auch das glas das habe ich auch ich warte mal ich muss bei denen das skelett hier kennen nervt mich komm mal her was ist mit dem los warum springt er dann immer hohen runter der backt da vielleicht irgendwie fest ist er denn hin das ist der twilight lichter ist ja voll easy jetzt mach doch nicht tot wir wollen doch gemeinsam er greift mich nicht mehr an wie das läuft nicht wir haben das letzte mal mit auch dem seine schilder weggekloppt zumal zur hälfte schon er hat jetzt eben einmal zombies gespawnt und das war's mehr hat er nicht gemacht er läuft jetzt jedes mal nur auf mich zu und macht ich komme fast tot ja ich komme hoch ich höre den seh den aber nicht er ist direkt über dir jetzt das war jetzt sehr leicht eine rüstung gibt es gold aus dem käse hat er auch eine trophy getroppt ich habe ein licht trophy ja dann droppe ich die mal liegt jetzt hier in der mitte vom raum nein gar nix einfach nur einsam okay denn du wollen wir die gemälde mitnehmen so hier ja ich kann schick aber die gab anscheinend kein erfolgt nicht hat nichts angezeigt jetzt war der licht aber leicht nachdem wir das hier ja normalerweise ein schild aber das hat man letzt mal schon kaputt gemacht ne ja also das erst mal da waren da konntest ja zumindest schilder der war nur die skelette konnte man halt nicht oh man ich komme da nicht ran nur ein bisschen erde auspacken ja gut also wenn man das so nach der reihenfolge macht dann macht es auch sinn das wolle das ist wolle ja dann haben wir den hier so dann war es das mit fall davor wenn es euch gefallen hat man spaß wir haben hier aber hier noch so ein paar gebäude drum herum aber was bringt denn uns dann der licht king wenn der außer so goldrüstung und einer trophäe nix droppt wie krieg ich das bild hier weg ein blumentopf nicht weg gehackt ach scheiß drauf komisch so seid ihr wieder runter ich bin da gerade die bibliothek blumentopf können wir den eigentlich aber lassen kannst du mitnehmen der inventar ist voll ich kann nichts mitnehmen mein gott die bibliothek mitnehmen oh hier haben wir licht rein die haben ja alles zugemauert der vorbesitzer ach guck an so schöne basis eigentlich oder eigentlich schon ganz cool aber ich meine die mobs vorne könnte man ja um auch sind da auch fuck das sind die killer pudel aber man kann mit feilen auch die gemälde runterschießen das wusste ich gar nicht kann nichts einsammeln also müsstest du den licht aus feilen schießt du gerade die gemälde ab wo bist du dann ich sehe dich gar nicht ich bin jetzt gerade unten angekommen mit einem ausgang dann komme ich jetzt auch mal runter ja aber die gemälde kann man hier ganz normal mit feilen auch abschießen ich habe einen klotz gesetzt ich bin ja auch ein profi ja das war ein bisschen leicht muss ich jetzt sagen ja ich meine unsere waffen sind ja von dem endboss noch von dem endboss von dem the end dragon fight genau du ne meine nicht mehr ich habe mir vorhin ein neues schwert gemacht hier sind genügend fackeln dran würde ich sagen was ist denn das hier das ist ein spinnenspawner könnte man könnte man nicht irgendwie hier das ding umbauen so fallen was hier den mittleren teil weghacken wir gehen mal runter also ich glaube ich weiß noch wo ungefähr die hydra war hydra mhm aber da brennt ja die luft da brennt die luft ja stimmt wahrscheinlich brauchen wir doch schon eine rüstung ne ja mit feuerschutz ja also achso ihr habt ja keine karte aber über dem nager links da ist nur irgendwas das sieht aus wie so ein slime oder so aber schon keine ahnung was das ist ich habe übrigens ein zombie zepter gefunden neun charges left das hast du von dem licht king das ist ein zauberstab der schießt so zaubermuggeln achso ne zombie zepter geil ein zombie zepter damit kannst du zombie spawnen die dir über eine gewisse zeit lang helfen oder so glaube ich krasse scheiße dann habe ich noch ein goldschwert mit bann 4 und haltbarkeit 3 also würde ich sagen ist auch von dem licht gewesen mit sicherheit so dann warten wir mal aus leck mich am arscher ich bin gleich tot what was ist los auf dem weg nach unten hatte ich eine auseinandersetzung mit ein paar skeletts ok komm oh ja das sieht nicht gut aus komm hier komm mal voll auf hier unten hier andere richtung ja warte da muss er alles mitnehmen ja klar kann man verbrauchen klappt doch irgendwas das sind die skelette oben ja das sind die skelette genau ist da noch ein spawner den wir nicht gesehen haben ja wahrscheinlich es sind glaube ich drei spawner da oben ja gut licht ist aus sein licht ist aus genau ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nochmal da in Richtung nager links davon ist nochmal ein licht ich würde ganz gerne nach hause und den kram weg bringen weil meine taschen sind proppen voll das ist natürlich auch die möglichkeit ja machen wir das als erstes würde ich sagen ja ja ich baue hier gerade noch die paar du findest nach hause hast du einen nach hause punkt hab ich prima dann machen wir uns auf den weg wo bist du lang ente naja ja einen beschissenen weg egal tust du was da kann ich meine tasche nämlich schon mal leer machen dann können wir von dort aus ja nochmal neu starten wie ist denn das eigentlich hier in twilight forest mod was glaubt ihr sind die gebiete oder die die wie heißt es die chunks ja wiederholt sich das also wiederholt sich hier so ein lichtking gedöns oder wie es ist jetzt kein einheitlicher boss oder also nur einmal in dieser gesamten map ich stehe hier auf der karte noch vier weitere okay ja aber auch ich meine minecraft ist ja unendlich groß in alle möglichen richtungen ja und jetzt ist halt die frage ob die ähm es gibt den boss nicht nur einmal sondern die gibt es halt genau so oft wie der kommt drauf an die weite leiste ja gut alles klar dann das wollte ich wissen ja irgendwie so komischen als würde der wie hast du mal gesagt mal als würde man mit zoom spielen echt den effekt hast du gerade ja so ganz komisch den habe ich nur wenn ich geschlaut bin aber den habe ich hier nicht so ups unser space engineer raumschiff ja so was haben wir hier wir holen mal den ganzen schmutz hier rein gemälde rohes schweinefleisch 34 ich mülle in die linke kiste hier darf ich müllen wer sagt das halte ich für ein gerücht moment pfeile ähm lass ich mal da pilze, blumen, pedern ähm sollen wir irgendwas mitnehmen also von den amuletten oder so nö wir haben ja das liegt ja anscheinend am erfolg oder ja ich will jetzt hier gerade mal ein lichtking trophy setzen da ist noch erder da ist noch erder mir macht mir die frau Angst und meint das ist gar keine erder es braucht eine wolle skammt passt die gehst nämlich doch mit wegen holz und ein bisschen holz nehme ich auch mit also die naga shoppen behalte ich weil wenn wir noch naga finden dann kann man daraus auch richtung craften rüstung rüstung craften meister fühlst wie ich denk so wenn wir hier noch bis die eisenwaren fertigstellen dann kann man schon mal das rohe schweinefleisch hier reinpacken stand hier nicht mal was dazwischen oder hab ich die einfach nur mit einem abstand gesetzt wahrscheinlich hab ich die nur mit einem abstand gesetzt ich glaube auch ja ja gut sein das ist aber das zuckerrohr von unterwegs wir müssen unbedingt anfangen ansteigen keller bauen wo wir die kisten wieder rein stellen mit schildern etc pp das stimmt ich hab wieder das minecraft syndrom ich laufe rum ich auch aber ich baue zuckerrohr das ist nicht nur minecraft syndrom mein lieber was ist denn hier alles drin verwandlungspulver magische kartenfokus und reiz des halten 1 die sind ja sachen drin die klingen interessant wer hat's nun reingelegt in eine kiste oder das ist wie so ein schloss reiz des halten 1 und magischer kartenfokus schon ziemlich schräg wo kommt der kram her magischer kartenfokus sind doch die die goldenen farbenfedern genau ja ja die hab ich da schon vorgecraftet ich hab hier nur zwei dabei weil wir wenn wir das genug papier haben ja auch ne weiß bescheid ich bin grad unter dem aufrufen sonst hätte ich jetzt voll auf die fratz gekriegt fratz echt ja ja tot ne weil ich hab auf köln geschossen aber bücher brauchen wir jetzt keine mehr ne da hab ich jetzt 1,2,3,4,5,6,7,8,5 stacks 16 brauchen wir dann kann ich euch beide ne karte machen ich hab da bücher ach bücher äh äh papier sorry bücher aber papier kann ich auch machen weil da hab ich fast 3 stacks mitgebracht perfekt ach guck mal hier hat sie ihr schlafzimmer mit glühwürmchenlampe und eigenen privaten kiste ich find die gemälde hier cool von den borderlands 2 ich hab's hingeschmissen ja perfekt reicht dir das oder du brauchst noch mehr ne 16 hätten gelangt ich geh da unten nochmal war das hier aus der kiste? ja ne mhm du hast hier noch magische karte drin wo hab ich ne magische karte? hier in der kiste ach ja ok zweite reihe zweite einheimsen dann kriegst du aber hier eine danke na jetzt dann haben wir noch eine zum einlagern falls jemand stirbt oder so beziehungsweise ne die können wir auch eigentlich mitnehmen wenn wir nämlich weiter nach oben laufen würden da wo dieses komische monster ist was auch immer das ist äh da oben hört die karte auf das heißt wir brauchen dann wieder eine neue leere karte sozusagen für ein neues gebiet so wir haben jetzt den nager der ist links von uns den haben wir legt oder nein was sind links von uns eigentlich im wald? also wenn ich jetzt auf die karte guck ist ja praktisch links auf der map ich hab keine ahnung das ist auch irgendwie aber da können wir ja nicht hin weil wir ja nichts sehen siehst du keine zwei meter weit ist das nicht das links unten drunter? wie links unten drunter? ähm auf der map wenn ich jetzt gucke ist ja links von uns ist so ok und was ist links unten? das ist so leicht rosa ja das ist das monster was direkt links ist weiß ich nicht aber das sieht so aus als ob das irgendwie dazugehört mhm keine ahnung wir können ja einfach hinlaufen ja sollten wir aber vielleicht dann na gut wir laufen jetzt schon mal hin let's find out wo ist die Frau hin? die pflanzt gerade Papier sehr gut können wir direkt weiter weiter auf ein weiteres Abenteuer sieht schon witzig aus das Haus hier ne? das ist die Villa Kunterbund ja der Name äh trifft trifft es auf jeden Fall auf jeden Fall aber das ist schon hier direkt was könnte das hier kommen schon ganz komische Geräusche wir laufen doch nach Norden das kann ja nicht stimmen Achtung hier ist ne Schlucht oder keine Ahnung man sieht es ja nicht so richtig doch wir laufen direkt drauf zu aber das ist nördlich das heißt der König ist ja praktisch okay und das ist nördlich wir laufen grad in Westen also ich bin schon im tiefsten dunklen Wald ne wir laufen nicht Richtung Westen doch nein laut Minimap laufen wir grad voll Richtung Westen laut Karten laufen wir auch Richtung Westen nein ähm Moment ja nein Moment hm wo ist denn wo seid ihr hin jetzt hab ich die ganze Zeit auf die Karte geguckt nicht mitgekommen wo ihr hin seid ich bin jetzt direkt in dem komischen Ding ja ich bin im dunklen Wald und habe da Angst ne ich hab da am See hab ich Dings nicht gepflanzt Ah da bist du okay so wo ist die Ente hin ach wenn ich im Wald bin verschwinde ich von der Karte oder wie ne ich hab dich gesehen auf der Minimap ja ich sehe ja gar keinen von euch auf dem Minimap oh oh zappen dusch doch also im Wald kannst du schon sehen du kannst schon 2-3 Meter kannst du schon sehen aber warte auf mich 2-3 Blöcke weit ich sehe nur noch Bläschen im Wasser warte warte an Sand an ah da sind Kürbisse wie seid ihr denn ich hab also ich bin auf der Karte zu dem Punkt gelaufen wo äh was du gefragt hast was das ist und da ist einfach nix okay ich bin hinter Curry und versuchst du nicht zu verdienen beziehungsweise hier ist ne Schlucht also hier ist ne Schlucht aber jetzt ist grad Licht geworden ja das ist wahrscheinlich wenn der Bob sich erneuert ja ah jetzt die Schlucht hab ich auch gefunden jetzt jetzt hab ich Korean verloren ich bin hier hier ich bin hier mhm da stehst du doch in mir kein Licht machen ähm soll ich mal die Koordinaten sagen ihr seid wahrscheinlich irgendwo bei mir in der Nähe die flüchtet ständig weg also das bringt so nix ich geh wieder zurück ich hab mich nur 3 Meter weiter bewegt bleib mal stehen ich komm zu dir nein nein ich seh dich ja ja okay wir müssen jetzt die Ente erstmal herbringen ja minus 182 minus 34 33 dort stehen wir minus 182 ah wir sind kurz vor dem Ding warte mal wir können da hinkommen ja ich bin dort okay äh Kyrian in diese Laufrichtung folgst du mir gott ja ich seh noch nicht wo es lang geht du voll im Kopf gegen den Baum da seid ihr ihr seid neben mir hallo aber wir sind zusammen so jetzt lass uns mal hier an dieser Stelle äh äh pausieren okay ne dann ist die Folge schon wieder zu Ende ja du findest du warte die Frau eigentlich für eine schicke Hose an die sieht ja richtig cool aus ja ihr Lieben wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge wir sehen uns übermorgen wieder ja wenn es euch gefallen hat lasst uns doch einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann übermorgen macht's gut ciao tschüss 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 tschüss